Ja, herzlich willkommen hier zum Part 2 von, ja, die Evil Whiting, ja, dem besten Game in diesem Jahr, finde ich zumindestens, ja, und eine Million andere Leute bei der Gamescom auch. So, Freunde, legen wir weiter hier, humpeln wir weiter zum nächsten Punkt. Ja, hier ist eine Türe, werden wir die jetzt gleich mal nutzen und schauen wir mal, was hier, was wir hier so finden oder auch nicht. Ja, hier ist eine Treppe, die werden wir natürlich gleich hochsteigen. Ja, meine Lieben, gestern haben wir angefangen hier mit dem Part 1, was mich schon tierisch abgefahren und umgehauen hat. Ja, ich habe mir das Game gestern zugelegt, ich konnte einfach nicht anders, es hat mich in mein Bann gezogen und in mein Geldbeutel natürlich auch. So, aber das war es mir wert. In dem Leben muss man was investieren. So, gucken wir mal rum hier. Hier ist ein Schalter, den können wir schon benutzen. Den können wir benutzen, aha. Ja, ist das hier eine Geheimtür gewesen? Wo humpeln wir jetzt hier hin? Schauen wir mal hier rein. Oh, äh. Äh, ja. Sieht aus wie ein Patientenzimmer. Oder wie ein Büro, würde ich eher schätzen. Ja, gehen wir in den nächsten. Oh, äh. Äh, Leute. SRG. Ha, das kenne ich. Das haben sie von Outlast geklaut. Hahaha. Nein. Oh. Was zum Teufel. Hm. Ha, Chikso ist da. Ach du Gott. Sag das nicht wahr, als ey. Nein. Ha. Äh, äh. Äh, äh. Ach du Gott. Die Scheiße. Ja, Freunde. Normalerweise bin ich ja nicht so. Normalerweise würde ich jetzt drinnen bleiben, vor Mama heulen und sagen, ich will nicht. Aber. Das ist ein Let's Play. Symbol für Alarmbereitschaft von Gegnern. Steuerung, Information, nähere dich Gegner. Nee. Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. Hm. Entdeckung. Ein Gegner hat dich entdeckt. Ja, wenn das so ist, ist das sowieso schon zu spät. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn dich ein Gegner entdeckt hat, bist du tot. Nein. Erscheint das Er-Deckung-Entdeckungs-Symbol. So. Äh. Leute. Das ist nicht euer Ernst, oder? Leck mich am Arsch. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst, oder? Uah. Ahahaha. Alter Scheiße. Oh, nee. Ja, das können wir. Ja, verschwinden wir aus der nächsten Türe. Er darf mich nicht sehen. Scheiße, jetzt kommen wir hier nicht rüber. Es gibt nur einen Weg. Hoffentlich verschwindet der auch. Ja, heute schon gegessen. So blöd ist er ja gar nicht. Ja, verschwinden wir. Er hat uns entdeckt. Fix eine Shitkacke. Renn, Junge, renn. Denk dran, das sind deine Eier, nicht meine. Nein. Ich bin nicht so schnell. Nein. Ja, oh Scheiße. Sag ich. Renn, Alter, renn. Renn doch. Renn. Renn. Oh Gott sei Dank. Leute, das erinnert mich wirklich an Texas Chases Massaker. Ich glaube, da haben die Entwickler ein bisschen geklaut. Oder abgeguckt. Geklaut würde ich nicht gleich sagen, aber abgeguckt. Ja. Ja, wenn ihr noch Texas Chases Massaker nicht kennt, schaut Videos. Mit einer schönen Intro. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht. Das ist die neue Ab citizensz si Danke. Ja, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Kann ich nicht mehr... ... ... Art Director Nakuki The Evil Voiting So meine Lieben, jetzt sind wir im zweiten Stock angekommen und jetzt können wir komischerweise wieder laufen Wie geht das? Dann muss ich das mal jedem sagen, der ein Beinproblem hat Fahr-Fahrstuhl und es geht wieder Nein! Ist das eine Bombe nicht gefallen oder was ist denn los hier? Nein! Sache mal! Jesus Christus, was ist hier los? Oh! The battlefield! Äh, jaaa Okay Rein hier, rein hier! Wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie Beruhig 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 dich, Leslie Bei dir bis zu Angele 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 Heiß. Heiß. Tja. So, meine Lieben. Was das jetzt hier war, weiß ich nicht. War es ein Erdbeben? War es das Mystische? War es Paranormales? Keine Ahnung. Geht weiter und alles wird gut. 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 Fall! Fall! Nein! Also, übermäßig geil. Geil, 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 geil. So, meine Lieben, was das war, kann ich euch nicht sagen. War es ein Erdbeben? Oder war es was? Was paranormales? Ja, wir werden erstmal speichern hier. Neuer Speicherplatz. Öl speichert. So, es ist gespeichert. Freunde, wie gesagt, das war jetzt der zweite Part hier von, ja, The Evil Fighting. Das Survival Horror Game von der Gamescom 2014. wo ich sage, wow. Übelst geil. Ja, Freunde, in dem zweiten Part haben wir vielleicht nicht viel von dem Spiel gesehen, aber das Intro ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, im dritten Part werden wir dann weiter die Welt erkunden, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, freut euch drauf. Bis morgen. Euer Danny. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ja, ciao. Ja, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020